Ich weiß, Astralreisen kann manchmal ganz schön schwer sein. Ich habe es selbst über ein ganzes Jahr ausprobiert, versucht, bin immer wieder gescheitert und dann hat es letztendlich doch geklappt. Und seit über 15 Jahren bin ich jetzt schon dabei, Astral zu reisen, habe schon circa 100 Erfahrungen selbst erlebt und seit über 10 Jahren bringe ich es auch anderen Menschen bei. Ich habe schon über 100 Menschen dabei helfen können, mit meinen Kursen das Astralreisen zu erlernen und ich möchte dir auch zeigen, dass es funktioniert. Ich werde nämlich am 11. Juli um 20 Uhr ein Live-Astralreisen-Webinar geben, für das du dich ganz kostenlos und unverbindlich anmelden kannst. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann, wenn du dich dort angemeldet hast, schicke ich dir einen Link zu zum Zoom-Raum und dann werden wir live in der Gruppe am 11. Juli um 20 Uhr zusammenkommen und ich werde dir all die ganzen Tipps mitgeben, Pricks mitgeben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Astralreisen auslösen kannst. Und wir werden dort gemeinsam auch eine Q&A-Runde machen, in der du deine Fragen an mich stellen kannst. Und so kann ich dir individuell und persönlich weiterhelfen. Schau, ich verstehe dich ganz genau, wenn du Astralreisen selbst schon seit Wochen oder Monaten ausprobiert hast, aber es einfach nicht geklappt hat. Ich kenne das Gefühl nur zu gut, wenn man sich ins Bett legt und versucht, Astralreisen auszulösen. Und dann liegt man Stunden vielleicht sogar im Bett regungslos und es passiert einfach gar nichts. Bei mir war das teilweise so, dass ich ins Bett gegangen bin, die Techniken ausgeführt habe. Nichts ist passiert. Ich konnte dann nicht mehr einschlafen. Und dann musste ich in der Früh ja auch schon wieder aufstehen. Und dann war ich müde, platt, kaputt. Und der nächste Tag war eigentlich auch schon für den Eimer. Und das habe ich tatsächlich mehrmals in der Woche praktiziert, über Monate hinweg. Und nichts ist passiert. Und ich hatte einfach das Gefühl von, Mann, hey, ich verschwende hier einfach meine Zeit. Und andere Menschen erleben Astralreisen und ich irgendwie nicht. Irgendwie scheint es etwas in mir zu geben, eine Blockade, die es mir nicht ermöglicht, Astralreisen zu können. Und tatsächlich war es so, dass ich diese Blockaden in mir hatte. Und es ist so, wenn du diese Blockade in dir hast, und bei jedem Menschen ist diese Blockade ganz individuell und anders, aber wenn du diese Blockade hast, dann kannst du auch die besten Techniken anwenden und nach dem richtigen Schema vorgehen und du wirst keine Astralreisen auslösen. Und ich werde dir im Webinar zeigen, was genau diese Blockaden sind, was diese inneren Glaubenssätze in dir sind, wie du sie auflösen kannst und dann letztendlich den Weg frei machst fürs Astralreisen. Das Astralreisen-Live-Webinar ist genau das Richtige für dich, wenn du auch Angst davor hast, was dich beim Astralreisen erwarten könnte, dass du dort vielleicht auf böse Wesen treffen könntest oder dass du beim Astralreisen vielleicht sogar nie wieder zu deinem physischen Körper zurückkehren könntest. All das werde ich auch im Webinar besprechen, wie du dich hier auch davor schützen kannst vor den Gefahren der Astralreise. Und vielleicht denkst du auch, dass du persönlich nicht die Zeit hast und nicht den Willen hast, nicht die Kraft hast, Astralreisen auszulösen, weil du einfach viel zu beschäftigt bist in deinem Leben. Auch da möchte ich dir zeigen, wie du das in dein Leben integrieren kannst. Und vielleicht hast du auch die Angst, die Kontrolle zu verlieren während der Astralreisen. Auch hier möchte ich dich beruhigen und zeigen, dass es hier Wege gibt, dass du immer bei dir bist und dass du vom Astralreisen auch keine Angst haben musst und horch mal in dich hinein. Vielleicht hast du sogar dieses Gefühl, dass du von Freunden oder von deiner Familie ausgegrenzt werden könntest, wenn du dir das Astralreisen beibringst, weil es so spirituell und so verrückt klingt und dass du so dich selbst auch dadurch eben blockierst, weil du es dir nicht erlaubst, so tief in die Spiritualität einzusteigen. Ich möchte dir erzählen, was dich erwartet, wenn du beim Astralreisen Live-Webinar dabei bist. Und zwar werde ich dir erzählen, wie es über hunderte von Menschen aus meiner Community geschafft haben, das Astralreisen zu erlernen. Ich werde dir auch zeigen, wie du diese inneren Glaubenssätze auflösen kannst, aufknacken kannst, damit du den Weg freimachst fürs Astralreisen. Und ich werde dir eine erprobte, erprobte Schritt-für-Schritt-Technik mit an die Hand geben, damit du sofort loslegen kannst und das Astralreisen auch direkt praktizieren kannst. Und dann werden wir auch zusammen ein Live-Q&A machen, in dem du mir all deine Fragen stellen kannst, die ich dir dann beantworte und du dort in einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen bist, zusammen in Zoom-Raum. Und dort werden wir gemeinsam einen wunderschönen Abend verbringen, einen Astralreisen-Abend, der dir dabei helfen wird, das Astralreisen auch selbst zu erlernen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Klick da rein. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich. Melde dich also jetzt dafür an, wenn du beim Astralreisen-Live-Webinar dabei sein möchtest. Am 11. Juli um 20 Uhr. Ich freue mich, dich dort im Webinar zu sehen, in dem wir unser Bewusstsein weiter entfalten werden und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Namaste, dein Andreas Schwarz